Herzlich Willkommen und Moin Moin zu einer weiteren Folge 7 days to die ja der NoBudgetNerd wird auch gleich nochmal zu uns stoßen, der ist gerade beim Rauchen und dann wollen wir mal schauen, dass wir hier die Gegend ein bisschen unsicher machen ich habe schon mal auf Vorsorge ein bisschen was eingepackt den Boden kann ich ja nicht mal hier lassen ich habe hier mittlerweile übrigens ein bisschen Ordnung geschaffen ich habe jetzt alles ein bisschen abgerundet hier dass das alles ein bisschen vernünftig aussieht brauche ich nur ein Reflex Visiten, ich glaube ich mache das dann fix ich traue das auf meine AK Kim und Korn ist cool, aber am Tag funktioniert das Ding tatsächlich besser also schauen wir mal was brauchen wir da ich weiß gar nicht ob ich das jetzt hier habe geschmiedet Stahl könnte ja ist das tatsächlich auch kommen wir einmal hier rein Stahl fehlt jetzt nix schrubel, 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 schrubel Merk da unten hin da unten hin kletter, kletter, kletter kletter, kletter, kletter was machst du da glatter 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 völlig glatter 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 so treibst du dich herum ja wo wollen wir hin wieder in die stadt die wir gäste so schön entdeckt haben willst du vielleicht das fahrrad nehmen damit könnte ich tun fisch sonst oh gott die fresse bis dennis danke anke bis dennis habe ich das erste mal echt jetzt ja wenn man kumpel hat dennis heißt dann kennt man den ist denn hier passiert fette grafik fehler ist jetzt wieder ja das sieht ja witzig aus ich habe jetzt hier so einen algen vorhang in meinem tunnel keine ahnung warum er ist aber auch nur von einer seite ist quasi stargate ein grödes dschungel stargate noch mehr grafikfehler jetzt der weg zu was ist denn hier los der berg wächst wieder zu warum wächst der berg zu jetzt ist der dschungel auch wieder weg so wussten jetzt gerade auf der anderen seite du hast das fahrrad ja pass auf denn das uns fahren wir jetzt nach norden und dann links über die brücke und hinter der brücke treffen uns ich mache brav die festung zu dürfte es dann sogar zur abwechslung mal vor mir ankommen das geht ja richtig klar da kommen wir ja vielleicht sogar mal zu was ich kann auch nichts für deinen pimmel schar weißt du muss weil der nichts kann tja gut wie gerne oh was ist das denn alter ich wurde gerade mehrere meter zurückgesetzt vom spiel echt was hat er denn gerade sag mal ich weiß es auch also erst wächst mit einer meiner basis berg ich habe ein eigenes stargate und du fliegst hier durch die gegend ich war gerade am ende der brücke und er setzt mich wieder vor der brücke ab ja das nennt sich lag ich weiß nicht die nächste große rechts hoch musste aber eigentlich müssen sie auf der karte haben nein ich habe nichts auf der karte wie du hast nichts auf der karte ich habe nichts auf der karte deine karte meine damaligen meine damaligen standpunkte sind geblieben noch sonst irgendwas echt das ist ja assi das ist ja richtig assi kann ich die mit dir teilen warte mal ja du hast schon öfters mal was geteilt aber es kommt halt nie an ja das ist halt seltsam ne ja genau so seltsam dass ich nicht spinnen kann wegpunkt speichern wegpunkt empfehlen wegpunkt teilen verbündete aber er steht auch nicht unter geteilte wegpunkte was ist halt schon strange naja da war die reichweite von der axt einfach mal geringer als gedacht dass du wirst ich kann selber nicht mal ähm wegpunkte setzen das ist echt strange da bist du jetzt ok auf der kreuzung ich bin gleich da siehst mal wie das ist wenn man so lange warten muss kannst du ein paar steine klein kloppen und nitrat und dings farm ich glaube hier gar nix alter ich sieb dich mal so die steine ja siehste ne kannst du wenigstens die zeit nutzen bis in xp fahren sei mal nicht so faul halt doch einfach den maul warte ich seh wir müssen uns gleich bis dennis schatz maul oh ich seh ein tier hast du dein messer mit ja klar sehr gut da liegt ein tier für dich dass du mal heuten könntest hier gerade rüber ich lauf direkt drauf zu quasi fleisch wird nämlich echt langsam mangelbare ja das ist wieder 30 30 mal fleisch boah das klingt erstmal gut knochen haue ich gleich weg ja die leder haue ich gleich weg färre oder ich weiß gar nicht was man aus knochen machen kann kleber kleber ja dann nimm die mal mit mit obwohl die kriegst du auch aus diesen komischen gedärmeteilen die über eurem liegen von daher wenn man sie mal braucht sind sie jetzt auch nicht so fern so ich lauf dann schon mal vor richtung norden du bist ja eh ein bisschen flotter jetzt oh 13 mal öl geil also jetzt mal ohne scheiß ne ich hab jetzt einen ganzen Stein weggefloppt ich hab 8 ohne Brocken und 9 das ist nicht die Welt ne da siehst du mal was ich jetzt grad hinter mir hatte als ich hier ich hab das aber auch noch nicht gespielt ja klar aber ich krieg halt auch immer pro Brocken so durchschnittlich 25 von jedem und das halt nicht die Welt bis dann halt trotzdem das ist das ist durchaus richtig was ist denn das ich werde hier schwer immer zugesetzt erhält du bist grad an mir vorbeigefahren du ruckelst auch ein bisschen und fährst in den Erdboden rein ich bin grad an dir vorbeigefahren ja ja und durch die Erde ok und da kommst du wieder zurück guten Tag jetzt bist du irgendwie vorbeigelaufen ja das ist richtig ich ich töte ja ich wollte grad sagen Zombies töten supergut ups Nummer 1 tot oh Diggi ich brauch XP du Fotze du bist so ein Hoshi alter was soll ich nochmal ich fand's witzig ich konnte richtig gut rüber lachen nein nein den nächsten lass ich dir ist versprochen ja warum geht mein maps du 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 Was war das denn? Was denn? Sie fällt um. Im Flug steht sie plötzlich wieder, schlägt mich und fällt wieder um. Sehr gut. Nee, nicht gut. Ich bin natürlich wieder getroffen worden. Das ist eine Scheiße. Hast du eigentlich Verbände mitgenommen? Ja. Überhaupt richtig. Wir sind übrigens auf einer anderen Straße. Wir sind falsch. Aber ich würde... Ich würde sagen, wir machen das einfach weiter. Mal schauen, was wir hier finden. Roadclosed. Ich glaube, wir kommen hier schon wieder ans Ende der Welt. Hier vorne ist noch einer. Block. Lauf, Juri. Lauf. Ja, machst du toll. Gib alles. Bam. Oh, ich glaube, wir müssen hier weg. Oh, scheiße, 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 scheiße. Das ist nicht so geil. Das ist das Map End. Ja. Ui. Ja, gut. Ähm. Dann folge mir. Oh. Da kommen wir gar nicht so gut lang. Ich wäre jetzt... Normalfall wäre ich hier den Berg hochgekraxelt. Aber ich glaube, das ist mit Fahrrad schlecht, ne? Ich sprinte einfach. Ja. Sprint mal eine Minute. Ach, eine Minute, was sag ich. Zehn Sekunden. Nicht mal. Ach, der Charakter einfach nix kann, weißt du? Echt? Ey, das... Das mit den... Das mit den Lexus gerade... Ja, das könnte daran liegen, dass ich aufnehme. Du nimmst auf? Ja. Kann ich das sagen so? Warum? Warum nicht? Ja, das ist ja... Du hast nicht mal einen aktuellen gemacht. Oh, nein. Ich habe mir die nachträglich geholt, weißt du? Ich wollte, dass es natürlich ist. Natürlich? Ja, ich wollte den natürlichen... No-Budget-Nut haben. Oh, guck mal. Das haben wir jetzt. Hm. Habe ich schon getötet. Bist du. Du hast überhaupt nichts getötet. Ich töte doch gerade. Ja, ich bin auch ganz woanders. Achso. Töte ich halt woanders. Ah, dadurch, dass du gerade aufnimmst... Ey, diese... Diese Lächse wäre echt... Richtig gut. Das ist eine gute Chance. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wieso es gerade so schlimm ist. Könnte aber an der Temperatur liegen. Vielleicht kämpft mein Rechner ein bisschen. Ich habe jetzt auch gerade keine Tools offen, die mir sagen, wie warm der ganze Scheiß hier ist. Das war auf meiner Playstation, ne? Also... Ja, ja. Am Arsch. Na, guck mal. Auf der Playstation. Da ist der Quellfeld-Ein-Nerd. Nimm mal den Scheiß. Das Ding muss hochkommen. Alter, guck dir das mal an. Bist du denn? Bist du denn? Also... Es hat gerade so eine halbe-Meter-Steige... Ja, ist halt zusammengeschusse, ne? Also... Kein richtiges Mountainbike. Fun-Fact. Mein Bruder hat sich mal mit dem selbst zusammengeschweißten Fahrrad vom Kumpel so übel gemauelt. Der sah aus wie Freddy Krüger damals. Der wollte einen kleinen Abhang runter. Das Ding ist... Voll auseinandergebrochen. Der hat auseinandergefallen. Alter, der hat auch gesehen im Gesicht, ne? Ja, das glaube ich. Dich die Hände. Dich die Hände. Dich die Hände. Kumpel von mir, äh... Mannherentag. Sich mit dem Fahrrad geledert. Danach wurde er zwei Wochen lang Two-Face genannt. Ne, der hat sich wirklich... eine Seite komplett aufgerissen. Aber auch alles. Das kommt aber nun mal manchmal vorne. Du hier, äh... Ich finde das gerade ein bisschen doof, dass hier jetzt gerade eröffnet ist. Warum? Ähm... Weil wir nicht großartig irgendwas cooles machen. Naja doch, wir gehen in die Stadt und... Gucken, dass wir da irgendwas cooles machen. Du wolltest ne Verarschungsfolge machen, ne? Du wolltest den Leuten zeigen, dass ich... dass ich total der Lieser bin. Ne, ist du eigentlich voll der... Nein, ich wollte ihnen zeigen, dass du voll der liebe Typ bist, weißt du? Eigentlich... Ja, ja. Schmose... Vor so'n... Schmuse-Wuse... Dabei... Dabei kacke ich hier gerade nur extrem ab, weil dein PC hier alles wegleckt, Alter. Ja, ja. Ja, genau. Wir nehmen mal diesen scheiß Berg hoch. Ja, genau das ist es. Ja... Hast du schon mal versucht mit dem Fahrrad einen Berg hoch zu fahren? Nur mal so. Ja, das hat immer funktioniert. Ja, ja. Ganz gemütlich, ne? Also es ist... Es ist ja... Es ist ja nicht mal ein Berg. Es ist ja... Es ist ja... Es ist... Es ist ein Hügelchen. Etwas größer als ein Hügelchen. Es ist ein Hügelchen. Ja, dass dein komischer Charakter nichts kann, das haben wir ja jetzt schon gelernt. Ach... Hör doch auf, Mann! Äh... Entschuldigung. Reicht. Danke. Okay, danke. Ne? Jetzt wissen sie auch. Die Leute auf jeden Fall schon mal ein schlechtes Benehmen. So, wo bist du... Ich bin ein richtiger... Vollasiel. Wo bist du denn jetzt? Na gut. Dann schlag ich hier jetzt in los Bäume. Ich fahre mir gerade Nitrat und Kohle. Du sollst keinen Nitrat fahren und wir wollen in die Stadt, du Affel. Du hast vorhin noch gesagt. Ich hoffe, da hast du schon aufgenommen. Ne? Wenn du schon wartest, dann fahren wir uns das Nitrat. Ja, Alter, du wartest aber nicht. Du bist hinter mir und zwar ein ganzes Ende. Aber ich will jetzt Nitrat. Ich will Munition haben. Ja. Ja, dann farm jetzt mit deinem Pibbleskill Nitrat. Weißt du was, du kannst dich mal, Alter? Bei nächster Gelegenheit immer gehen. Weißt du doch. Wenn du fertig bist, du sagst, du bist Dennis. Nee, dann mach ich hier diesen USB-Disconnect-Sound. Bidum. Boah, das voll ging in die blöcke. Das ist so süß. Voll die Tio, ey. Das war schlecht. Du bist echt zu blöd zum Fahrradfahren. Ich mein, das ist schon Kunststück, ne? Minimal. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich hab nen dicken, fetten Mantel an. Weißt du? Und ich friere. Naja, ist seltsam. Aber... Dieses Spiel ist nun mal nicht immer ganz logisch. Tatsächlich hab ich ne Lederjacke an und frier nicht. Ne, ich hatte beim letzten Mal, als wir hier waren, hatte ich auch diesen blöden Mantel. Und hab auch gefroren wie Hulle. Das Ding ist ja normalerweise, also damals auf der PS4-Besung hat der Mantel hat plus 40 Temperatur, ähm, Toleranz gehabt. Also das war richtig gut. Ja, ist ja auch nur logisch eigentlich. Ah, jetzt frier ich auch. Alles klar. So, ich bin jetzt hier wieder bei der Busse. Bei dem Busen. Mhm. Hier ist noch ein Schlafsäck hier. Das nehme ich mal auf. Ja, ja, den hab ich da gestern gefunden. Da hab ich sie doch gefragt, äh, ob du ihn da hingelegt hast. Schade, dass die Leute gestern nicht dabei waren. Weil, ähm, das war echt übel gestern. Ja. Ja, zur Erklärung. Wir haben gestern eine Waffenfabrik hochgenommen und, äh, übel kassiert. Richtig übel. Die Waffenfabrik hat uns hochgenommen, Alter. Ja. Am Ende sind wir aus dem vierten Stock geflüchtet. Ey, das ging gar nicht. Das gab echt übel aufs Maul. Meine Fresse. Guck mal da hinten. Das sieht aus wie ein öffentliches Gebäude. Wollen wir da mal rein? Oh, ich bin zu los unterwegs. Scheiße. Ja, ich da auch. Ja, aber, äh, wieso hab ich das Fahrrad-Symbol? Ich weiß nicht mehr, wo mein Fahrrad stehe. Nee, vielleicht weil es mein Fahrrad ist, hast du das Fahrrad-Symbol. Oh, guck mal hier, das sieht gut verbarrikadiert aus. Lass uns da mal rein. Ey, guck mal. Oh, hier ist so ein, hier ist so ein Schneetroll. Schneetroll? Okay. Ja, so ein... Ja, so ein... Verschneider-Typ halt. Oha. Bei den Holzverleihankern kannst du Glück haben, dass die, äh, Erdbohrthalle dabei sind. Ziemlich cooles Ding. Dass die was haben? Okay, ich hab schon mal den ersten grünen hier. Erdbohrthalle. Oh, ist schon wieder Nacht? Oh, du nimmst auch immer bei Nacht auf. Entschuldigung. Ja, Taschenabee jetzt. Du wirst da grad von nem Vogel. Also... Nichts gesehen. Wow. Oh, hinter uns. Scheißfotze. Hallo? Ich guck mal jetzt mal, was hier draußen abgeht. Ähm... Die kommen hier munter aus dem zweiten Stock gefallen. Äh... Ey, du Schlappe. So. Oha. Was ist denn hier los? Du hast doch wieder ordentlich gepult, ne? Ich war da nur in der Eingangstür, Alter. Komm mal klar. Oha, dieses Verorken ist denk hier. Bitte? Das Verorken finde ich echt nicht so gut. Das ist ein Bark, oder? Ja, könnte sein. Ja, geil. Die können wir richtig gut absteuern. Ich hoffe Gold und sowas. Oha. Oha, die haben in der 7000 inzwischen fast auseinander genommen. da kommt sowas raus. Komm zurück. Kein Ding. Die liegen. Oh, geil. Das ist ja der Shit hier. Okay. Sollten wir vielleicht erstmal das Haus leer räumen? Bevor wir hier übel klapp machen. Das hier ist wichtiger. Meinst du? Oh, scheiße. Das geht so down. Oh, geil. Ich hab hier auf jeden Fall schon mal das erste Upgrade. Oh, nee. Klopp nur da drauf. Das dauert so. Oh, geil. Ich hab hier gerade ein richtig geiles Upgrade gefunden. Für meine AK. Zack. Das Ding wird echt übel. Ja, ich... Ich klopp mal bei der... Die draußen sind auch noch weg. Ja. Dann leg du die Zombies, dann mach ich hier. Ich mein, das ist vielleicht blöd, wenn ich die kaputt kloppe. Weil das ist zum Zugucken einfach nicht so wirklich... Interessant. Ja, hier ist eher Müll drin. Aber gut. Zwei von neun. Oh. Du hältst mir den Rücken frei? Fragezeichen. Jaja. Gut, weil ich nämlich was höre. Ich könnte dir eine Hilfe gebrochen. Okay. Mach Platz. So. Erledigt. Das ist nach... Nachladen. Viel zu lange. Ja, das kannst du aber verbessern. Tatsächlich. Ja. Weil ich dich schon getragen habe. Das hat mir doch ewig lange. Ja. Deswegen bin ich ja Freund von Nahkampf, ne? Da gibt's kein Nachladen. Und auch keine Munitionsengpässe. Guck mal. Oha. Sword of Shotgun Barrel. Guck mal. Ich verstehe die Frage nicht. Ah, nee, nee. Du musst nicht. Du musst nicht. Ja, die wird größer, ne? Was? Da hab ich keine Probleme. Ja, ist natürlich geil, dass hier fertige Upgrades sind. Das gefällt mir. Steelplating. Das kommt erstmal gleich in meine Armor. Ne, das kannst du eigentlich mal haben, ne? Guck mal, ganz unten links. Da liegt ein Upgrade für deine Rüstung. Dein Typik muss ja langsam mal ein bisschen was aushalten hier. Das geht ja so nicht weiter. Oha. Bogen Level 6. Ist doch ein bisschen wie Weihnachten hier, ne? Ja. Meine Fresse. Hast du gesagt. Ja, genau. Naja. Bogen Level 5. Aber tatsächlich ordentlich Munition, die man hier findet auch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich losmarschiert bin, aber... Allein hier kam schon wieder ordentlich was rein. So. Und noch mehr Munition. Äh, welches Level hat deine Schrotflinte? Zwei. Zwei. Hier ist ne Vierer drin. Jetzt hat er die Bips. Ja, warte. Ich lege sie wieder rein. Und die Munition, die ich mittlerweile gefunden habe, auch. Und hier ist noch Müll. Aber gut. So. Den haben wir ja schon mal gut angefangen. Ja, du könntest halt so einzelne, die du findest, trotzdem mal aufkloppen. Ich mein, wenn ich hier jeder einzelne... einzelne Wandtresor aufkloppe, bin ich auch morgen noch bei. Okay, bisschen Silber. Das ist auch nur zum Verticken gut, oder? Keine Ahnung. Gab's dann was noch nicht. Okay. Du bist was her. Oh, geil. Oh, ich hab Dramasori gefunden. Ich hab ähm... Burning Shaft Mod gefunden. Was hast du nur als Nahkampfwaffe? Äh, Knüppeln. Eisenknüppel. Mhm. Oder halt Lech... Oder halt eine Machete. Komm mal her. Ähm... Kannst du dir mal an deine Nahkampfwaffe ploppen, dann hast du immer Licht. Und verbrennst die Typen halt. Habe ich halt bei meiner Axt auch dran. Ich weiß gar nicht, ob die kulminierbar sind. Also steigern die sich? Kannst du mehr als eine einbauen? Oha. Also ich hab jetzt hier in meiner Machete zwei Abwärts. Ne, also die Frage ist eher, ob du zwei gleichzeitig haben kannst. Das weiß ich nicht. Also zum Beispiel zweimal Burning Shaft, dass die Wahrscheinlichkeit auf Verbrennen größer wird oder so. Das kann sowieso sein. Guck mal, brennt man eine Machete? Warte, ich klopp hier erstmal zu Ende auf. So. Nö. Tut sich nicht. Nö. Aber ich hab nen Lichtschein. Ja, dann kommt das vielleicht noch. Ähh. Pada-pada. Ach, haben wir die hier. Modify. Ach, hier ist schon mal die Tape-Relating drin. Ist nochmal. Ne. Komm mal her. Ich hab noch was für dich. Fähne genau. Liegt hier hinten drin. So. Dann wird die erstmal alle offen. Aber dafür, dass hier so fett Beute ist, ist hier ganz schön wenig los eigentlich, ne. Mach mal einmal eben das Glück, ne. Sie haben ja wirklich grad echt gut was rausgeholt. Und ich... Ist hier nicht noch ein Stock weg drauf? Wenn ich mich vorhin so verguckt. Hau ab hier. Hm. Wenn ich die Stoffe bis sie eigentlich nicht brauche. Wenn ich sie bis sie... Wurde mal gucken. Ich muss das nicht mehr. Ich muss das nicht mehr. Ich muss das nicht mehr. Achso. Okay. Ich geh mal einmal raus und guck, ob hier nicht noch irgendwie... Neun Millimeter im Moment haben wir gefunden. Neun Millimeter im Moment haben wir gefunden. Ist tatsächlich... Einstöckig. Wie bitte? Neun Millimeter im Moment haben wir gefunden. Neun Stück. Na. Oh. Hier ist noch einer. Was denn? Hier ist ein Gebäude. Da steht auf dem großen Schild, When you flush, sink of us. Ja. Richtig gut. Boah. Geben wir jetzt in den... Digi, 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 digi. Hier ist ein... Hier ist ein Puppenpilz und hier ist ein Einkaufszentrum, Alter. Okay. Ja, ich komm gleich hin. Puppenpilz, Shamway. Okay. Ich hab hier tatsächlich noch einen Wandresort gefunden gehabt. Leer. Der ist auch... Ich hab noch einen. Ich hab da glatt ein paar übersehen. Aber das hat sich doch jetzt schon gelohnt. Richtig gut. Ne. Ich glaub... Oh, scheiße. Ich glaub hier wird das... Hier wird das... Ja, ich komm gleich... Zombies im Kauf aus, ne? Ne. Ja, doch noch so bad, aber... Wie das so ist. Sorry bei mir kommen. Ja, ist tatsächlich auch bei mir ne Weile her schon. So sind... Aber die sind alle auch hin. Das Geile ist, ich hab ja... Ich hab ja die... Double Strong Uncut Edition. Double Diss. Die sind alle drei Cuts drauf. Okay. US-Cut, European-Cut und Argento-Cut. Mhm. Und... Aber ich guck immer die... Tatsächlich längste Fassung, die 156-Minuten-Fassung. Macht am meisten Spaß dazu. Ja, glaub ich. Hier wär sonst noch ein Autohänder. Also so ne Tankstelle. Ne, ich hab schon gesehen. Aber ich will ins Kaufhaus, Mann. Du willst ins Kaufhaus? Okay. Dance-Till-You-Die-Studio. Aber da ist ein... Okay. Poppenpills. Und was war das noch? Ja, Shamway-Food brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, Pizza-Pub. Ja, Papp-Junge. Also wenn die Amis in irgendeinem Ort dieser Welt Waffen haben, dann im Pub. Stopp. Oh, Out of Stamina. Ist nicht so gut. Alter, du hast nen Grafikfehler als Waffe. Ah, jetzt brennt deine Waffe auch. Das ist gut. Das ist gut. Du hast nen Shotgun-Messiah. Darf ich rein? Den nehmen wir. Und dann bin ich, glaub ich, auch schon so ziemlich voll. Und wir müssen ihn, glaub ich, wieder zurückbringen. Zack. Zack. Machen wir doch mal auf, ne? Einfach mal anklopfen. Wie? Kein Bewusstungs-Kamitee? Was ist denn hier los? Ups. Ich wollt grad sagen, komm mal weg. Oha. Oha. Die Munition, die wir gefunden haben, hab ich jetzt auch wieder verballert. Sehr gut. Das war ja richtig toll. Oha. Hier hat einer gut abgespielt. Du bist ein bisschen an The Walking Dead gerade. Naja. Ich hör auch schon wieder ein. Das hier an. Uhu. Okay. Ich hab die Tür gefunden. Halt. Achtung. Ich lock jetzt ein paar an. Oha. Hör mal auf zu tun, Alter. Ja, aber die haben halt, äh. Ich hätt vielleicht auch in die Hocke gehen sollen. Dann hätt ich auch nen Sneak Attack Bonus gekriegt. Ich Idiot. So. Drei grüne weniger. So. Was ist hier sein Problem? Ist das eigentlich Holzwände? Alter, hier ist ne fette Stahltür. Umringt von Holzwänden. Ist auch ultra cool. Wo kam denn das Geschrei her? Sag mal. Von oben. Okay. Wollen wir erstmal nen Keller? Nein, ich geh da oben. Okay. Geh weiter oben. Krieg da aufs Maul. Schleißt du bitte? Kriegst du Doppelschaden? Nee, es ist zu spät. Ja, es ist zu spät. Du läufst mir auch immer vor die Flinte. Ja, wie das so ist. Ja. Überraschung. Nahkämpfer muss nah ran. Hier sind nochmal zwei. Okay. So, dass du mit der Streuen so dicht vor mir rumhaust, ist auch nötig, oder? Ja, weil ich das kann. Junge. Na. Achso. Aber hier ist noch vielleicht nach oben. Ja, ja. Hab schon gesehen. Draußen, ne? Ja. Alter. Alter, das hat fast gar nicht weh getan im Ohr. Tut mir leid, ich bin ein bisschen erklärt. Wie kannst du es wagen, Mensch zu sein? Ist ja ekelhaft. Rums, rums, rums. Bist du weiter nach oben? Mhm. Das muss sein, ja. Ich will da rein. Oh. Warum gibt's denn noch? Dass die noch lebt, hab ich auch nicht erwartet. Oh, Silencer. Schema. Nicht verkehrt. Absolut nicht. Das ist hier schon wieder von deinem Laden, Leute. Die machen hier einen Krach. Ist ja sagenhaft. Ich geh jetzt auch mal mit der Machide umfüllen. Ja. Nahkampf ist geil. Oha. Hier ist ein Loch. Ein großes Loch. Vielleicht kann ich denn selten gut. Ja. Ich seh auf jeden Fall schon mal ein. Oh, da sind die. Ja, warte, komm weg. Ja, du stehst genau. Nö, war keine. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich da fast runtergefahren. Lässt du diese Barrikade auch echt stehen, ne? Ob der nächste schön rein rennt. Ja, ich bin Nazi. Das klingt hier gerade gar nicht so toll. Ach was. Vielleicht sollte man einen Schlafsack setzen, oder? Ach, Schlafsäcke ist für Anfänger. Ja. Ich kenn das Spiel gut genug, um zu wissen, wann lange ein Schlafsack mal setzen würde. Ja, aber wir kommen auch gerade hier nirgends lang, ne? Ja, das weiß ich halt. Ich glaub, die bahnen sich hier den... Naja. Möglich. Ich schaff hier erstmal einen Fluchtweg. Da, jetzt hat mich da jemand getroffen. Wer hat mich jetzt geschlagen? Wer hat mich geschlagen? Du bist wahrscheinlich gegen den Pfeiler gerannt. Nein, eben nicht. Achtung. Ach, da hinten kommen sie ruhig. Wo denn? Da durch die Wand. Hinter dir. Schick durch die Wand da hinten. Siehst du das? Ist der wie? Nö. Ach, da ja. Ich seh's. Ich guck mal, wer schneller ist die oder ich. Die sind... Woah. Oh nein. Scheiße. Ich wundere mich gerade schon... Ich wundere mich gerade schon, wo ich... Schauen kriegt. Das ist ja... Dieser scheiß Flieger, ne? Sehr schön. So. so boah, das Gefühl Alter, schon wieder? Ernsthaft? Ja wahr hm boah was ey, kommen wir nicht durch oh, andere Seite kommen sie ich komme da durch natürlich kommen wir durch also ich bin da gerade trotz duke nicht durchgekommen ich bin gut okay du, ich brich alles zusammen ja super ich glaube ich will da unbedingt runterfallen ich bin runtergefallen du bist ein Idiot, Alter wie kann man das künft man das oh, wirklich gut ja, super gut, dass ich unten bin oh, Eisenbeinschienen Level 6, Alter das ist nett kann man sich mal gönnen das geht mal vor Alter, ich habe keine Ahnung wo ich hier gelandet bin das gefällt mir auf jeden Fall nicht okay hast du den ETA bei runterfallen? nö, alles gut oh ich glaube ich brauche Hilfe das Spiel schreit so richtig gut ich glaube jetzt weiß ich was die Lecks auslöst immer wenn du deine Axt hervorholst dann spackt man das Spiel rum ich bin gerade schon wieder hinter dich naja, ich glaube das liegt an dem Feuermod der schluckt glaube ich ein bisschen die Performance was liegt dabei raus? keine keine Feuermods moin Leute ja, das ist das Ding, wo ich schon mal drinnen war naja 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 was weiß ich, geh jetzt noch runter hier ich fresse voll geh mal runter ich bin erst mal nach oben ah ja jetzt wieder im Hetzgeschoss oh, Riesenkenner ja, da wolle ich vor mit dir hin man wolle es da nicht also, ähm, ist ein Loch okay das ist sowas ähnliches wegen Kälber, ne ich denke ich glaube ich bin schon im Keller bist du runtergefallen? nö, ich bin da so runtergegangen das lag gerade in der Nähe aber hier ist auch nicht viel los oh doch, hier ist ein hier ist ein Schießstand dann ist hier garantiert auch eine Waffen ich wollte gerade sagen ist das so ein Shotgun ne, ich bin jetzt hier im Verladebereich tatsächlich jetzt wieder draußen ich kriege auf jeden Fall Erfahrung ich weiß halt nicht wo du bist ja, das war's alter da kamen gerade mal fix 7 Zombies auf mich zu oh, das ist eine Menge hol ich mal die Waffe raus und, ne mitten im Nachladen ah ja ja, ich glaube ich bin gerade bei deiner Leiche sind tatsächlich tot das ist gut hier ist noch ein Tresor aber ich würde hier eigentlich ja, ich glaube ich bin da wo du gerade warst gucken wir doch mal das ist hilfreich auf jeden Fall oh, es klingt schon wieder als wäre hier einer direkt hinter mir oh, es ist auch einer hinter mir oh, fuck, 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 fuck du, Asi, ey komm mal her hast du den Schlafsack gesetzt? nein ich lebe gegen gefährlich, weißt du doch ja ich lebe gegen gefährlich ich lebe gegen mich oh, ich glaube ich habe deinen Schlafsack gefunden also du kannst direkt zu meinem Pfeil kommen ich bin jetzt im Verladebereich wo bist denn du da runtergegangen? ja, du fragst mir jetzt aber ein bisschen zu genau, mein Freund ne, weiß ich tatsächlich nicht warte ich komme mal die Treppe hoch so ach, da, alles klar hier bin ich gut, dann einfach hier runter naja, hier ist mein Seichen da liegt mein Backpack Rucksack Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack da wollte ich nicht endlich wieder am Start wup, wup hier ist ein Jagdgewehr, der will 5, falls du willst ich sollte mal genau das nehmen aber viel Menge ja Menge Leichen boah, geil die Leichen geben die Draht echt? ja das sind viele Leichen dann nehme ich hier auch klar mit Platsch also die Auseinanderfall-Animation ist echt ein bisschen witzig es sieht aus, als würden die Viecher aus 10 Millionen Nieren bestehen ja, das kenne ich so, und jetzt hier noch eine Tür und ah, eine Kiste Shotgun Messiah und ein Laservisier geilo das kommt doch sofort an meine Waffe zack modify guck mal ja sieht man nix von, ne ich habe jetzt ein tolles Laservisier das nichts kann macht wenig Sinn bitte? macht wenig Sinn bisschen bisschen sehr wenig aber warte mal vielleicht hat es ja irgendwelche Boni die ich jetzt einfach nicht gesehen habe ich bin davon ausgegangen es ist einfach nur ein Laservisier Helps with aiming quickening increases accuracy when firing from the hit ich stehe auch mitten im Weg ok warte mal ich muss das anscheinend aktivieren ah ja jetzt ist es an ja, das ist cool mit aus dem Laservisieren ja, das ist ganz schön krass wie sehr das schwankt also da wird es halt so erst mal nicht von ausgehen siehst du das? siehst du den Laserpunkt an der Wand? ich sehe den Punkt der schwebt in der Luft in der Wand ist er nicht ja, der schwebt in der Luft ist ja wurscht auf jeden Fall das sieht von mir so aus du schießt ja jetzt gerade seitlich zu mir ne und das der Laserpointer der Laserpointer der ist ungefähr ein Meter lang und dann schwebt der Punkt ja muss vielleicht noch ein bisschen dran gearbeitet werden ne ist richtig gut ja, aber ist ja so erstmal ganz cool zack zack erstmal haben ich glaube dann haben wir das Ding jetzt äh das ist ja interessant wenn ich F gedrückt halte ah ah sehr, sehr interessant ja, ich glaube wir sind hier durch die Ausbeute war okay aber jetzt nicht atemberaubend guck mal hier der Stornmoor wo wir da reingucken oh, Kanidchen scheiße Positionen alle ich dachte mal das Kanidchen da hinten bitte hol die Machete raus wo ist es? hier hey Mulsack alter, dieses Spiel produziert gerade so Unmengen an Grafikfehler es ist unsagbar ich glaube ich nicht ich nehme die ich nehme die Flammenmotor wieder weg naja, ich würde das auch machen also wenn die Performance dadurch so einbricht das ist echt ein Blöhm das soll da ich bleibe es jetzt so Günter Chef ist da oh 19 Schuss geilo da mag dich jemand nicht glaube ich bist du bist du hier mit drin? nein ich modell immer noch meine äh demodell meine meine Flieger achso meine Ahnung ok hier ist ein Feral Müssten die Flieger immer kompilig nachladen wenn was so den Feral habe ich tot kommt kommen die denn gerade her der ist lang der ist lang der ist lang der ist lang die die ah ja ich sehe tot nur gerade rechtzeitig ich sehe auch schon die erste Lootkiste coole Tools ja geil da ist quasi Schrott drin das hat sich mal gar nicht gelohnt Gartenachtel würde ich mitnehmen an der Stelle ich habe eine auf Level 6 Entschuldigung macht nicht so viel Sinn oh Moinze oh Feral diesmal im offenen Kampf wo 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 ja der Kiel geht auf deine Karte wo der ist ja der ist in die 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 ich kann sagen bescheuert der hätte die Eiskarten den Nacken gebissen ja so ein bisschen oh hier sind noch Schweine hier sind noch mal zwei so Experten die den Schuss jetzt hier jetzt auch sparen können wie immer wenn ich noch mich schluss ja aber ich schieße halt ich schieße halt wieder möchtest du ein Flandellhemd nö ach wo doch 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 warte hier da rein in der Sporttasche jetzt habe ich nämlich eine ultra coole Lederhose mit Schnallen und Riemen wie so ein Goff und und ähm 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 flamme ja super geil so so ich baue jetzt glaube ich auch erstmal ja ich kann die Flamme grad nicht mal ausbauen weil ich einfach total überladen bin schmeiß sie weg guck mal seitdem ich das Ding äh weg habe läuft das jetzt tatsächlich flüssig aber ich habe sie jetzt auch mal weggenommen sieht ja erstmal nicht schlecht aus ja das ja da war es sogar drin da war die Sporttasche das ist geil nein wie viel sind ja unbedingt brauchen wir Eisen haben wir ja nichts von ja ich glaube das war es dann auch ne obwohl hier war noch eine Tür hier hinten ist hier noch im Keller oder so warte hier ist quasi der Trauser Gott ist hier schlecht oh ich habe noch ne Crackbook Box gefunden die hätte ich glaube ich noch gar nicht oh und nen Feral den ich grad mit einem Schlag den Kopf abgeschlagen hab das ist gut das ging grad in den Nachbarn du bist jetzt grad im Schlag den Luft drin das kann sein also eher unbewusst ich bin durch ne Wand durch du hast du ja du hast dich grad durchgeboxt wahrscheinlich nicht im Wasser ne durchgeboxt war das eher nicht ne durchgeboxt war das eher nicht alter alter und jetzt auch hin ok na gut also diese Lokalisierung über den Sound ist echt quasi unmöglich hier das geht mir so auf den Sack ich glaub ich seh dich ja ich hab dir das mal abgenommen hier ist Schematic für ein Helmet Light wie flüssig das Spiel jetzt plötzlich läuft ja ja heißen Mods alter ja das heißt Mods das war ja kein also kein Game Mods sondern das war ja hier eingebaut das hab ich ja nicht irgendwie nachträglich reingefügt ach so das gehört schon dazu das gehört schon dazu alles Stanni hier ich muss sagen oh ich hab ein ähm Steelplay Schematic gefunden ein was? Steelplay Schematic ja ich bin hier jetzt quasi stocked komm hier nicht weg ob ich irgendwas vor sich bauen kann ne ich muss mich jetzt quasi aus dem Haus raus kloppen ist das bescheuert alter ich bahne ich hab das äh gerade durchaus bewusst eingeschlagen weil ich sehen wollte ob da unten was ist aber ich hätte ja nicht gedacht dass sie so einen Zwischenboden reinhauen das ganze Haus quasi schwebt das ganze Haus quasi schwebt was krieg ich hier eigentlich ach so Schnee oh es ist morgen ich glaube wir müssen uns langsam auf den Rückweg machen denn es ist Blutnacht ich glaub da wird euch Ragnar alleine jetzt Blutnacht führen müssen ich freu mich auf jeden Fall auf die Folge ja bin ich jetzt echt runtergefallen ja bist du aber ich müsste doch jetzt genug Holz haben ja warte mal gehen wir anders hin zack ja fein hat man auch fast gar nicht gehört dir ist schon klar dass wenn ich das höre dass auch mein Mikrofon gehört hat auch die könnte ich damit meinen ja so hey ich kann hier nicht springen oder was was ist das denn ich kann springen ja ich nicht weil hier irgendwas über mir liegt ja warte ich mach das weg das ist doof so können wir aus diesem Höllenladen wieder raus so ja machen wir uns auf den Heimweg oder was keine Ahnung wo der Fahrer ist äh ach ja muss ich erinnern geradezu aber Straße runter wenn wir noch einen interessanten Laden finden ja jetzt mal ohne Scheiß hier ist ja auch aber ich hab mir eher den Laden daneben gedacht der einfach nur heißt Toilets to go also sorry ja wenn du Flaschstink erfass du weißt bescheid ja ja so gucken wir mal was der abgeht oh hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ja vor mir auch da wirst du wohl hinter mir auch wollen müssen und ich quasi hinter dir hat er noch nicht vor die axt ja ich habe jetzt tatsächlich kann das ist jetzt hier schon der klo laden geilo und in den toiletten ist sogar überall wasser drin das ist ja unglaublich was das hat er überlebt ist der bescheuert was ist denn mega crush geil 150 prozent laufgeschwindigkeit star mina 15 prozent worte 60 das ist ja interessant wahrscheinlich nur 60 oder steht 60 will ich den haben ich glaube ich trinke den jetzt einfach ich habe eh du es alter ist der jetzt schnell das ist ja evil wie macht ihr schon wieder krach alter meine frame rate ist immer noch alter scheiß ja warte ich Wow Wow Alter Hier ist ja was los Alter, was ist denn hier los? Also ich habe hier ein Hundes Nest Ja, ich habe jetzt nicht mitgezählt So, ich habe keine Ahnung wie viel das jetzt waren Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Okay So, ist jetzt Ruhe hier? Meine Fresse Ehrlich jetzt Achso, ich glaube wir treffen uns jetzt Moin Ich bin runtergefallen Achso Ja, also hier waren eine Menge Zombies Ja, bei mir oben auch So, aber waren wir nicht eigentlich im anderen Laden hier? Ja Ja Wieso sind wir denn hier plötzlich im Kloladen gelandet? Hier hängt eine Toilette am draußen Da hängen zwei Toiletten sogar Hängen die echt zusammen? Aber im Working Steve haben wir doch nichts Gutes gefunden, oder? Nee, irgendwie nicht Irgendwie ist hier nur Schrott Oh, geil Hier ist ein Muskelshirt und eine Brille Die könntest du dir an dem mal holen Zumindest die Brille Nee Und eine schwarze Goffhose Die hab ich so an Ja, ich glaube ich bleib dann aber doch lieber bei meiner Kampfanzugshose Obwohl die haben identische Attribute Aber die Goffhose ist mehr wert Ja, dann nehm ich die Goffhose Auf jeden Fall cooler aus Was, die Goffhose? Nee Oder die Military Hose? Die Military Hose hab ich bis jetzt nur noch Eigentlich nur noch als grünlich-bräunlichen Matsch Von der PS4-Fassung im Gedächtnis Ja, also ich Das ist die, die ich die ganze Zeit anhatte jetzt Ja, ich guck doch instant immer auf die Hose Ja, nicht? Oh, du scheiße Ich könnte ja mal selber gucken, wie ich jetzt aussehe Ja, schwarze Jeans mit irgendwie Alter, es sieht aus, als hätte er seine Schwester geklaut Homo Fürste Vielleicht steht oben die Hose besser Ja Als seiner Schwester Vielleicht So, wo hab ich jetzt meine Dings hingelegt Vielleicht ist seine Schwester auch ein fetter Pudding, der überhaupt nicht steht Na, vielleicht ist das so Und vielleicht möchte ich das nicht Du hast nen fetten Pudding Ich möchte keinen fetten Pudding, ey Wie war das? Eulen ficken? Eulen ficken? Ja Wie fickt den Eulen? Mann, das ist äh Hier, du suchst hier die auf der Party die fetteste und hässlichste und dann Machst du die weg Ich dachte, das ist Reste ficken Nee, das ist äh Irgendwie Eulen ficken oder so Ich kenn mich da ja nicht aus, ich mach das ja schon seit Jahrzehnten nebenher Eulen ficken finde ich süß Ne, finde ich doch auch Ja, beim nächsten Mal gehen wir ins Rathaus Also nach der Blutnacht Hier steht ein Zementmischer Ja, da ist bestimmt Zement drin Das ist die Baustelle Ne, da ist nichts drin Ja komm, also ich bin voll Ich weiß immer noch nicht, wo mein, wo dein Fahrt Ja, ja, da gehen wir grad hin Ich führe dich, follow me Hier ist es Tada Mann, ich wollte zuerst das explodiert Assi Schön mit der Mine versehen So, jetzt sind wir auch schon wieder eine Stunde mit der Aufnahme Wie weit? Ach, hör auf Naja Ich warte jetzt noch hier, bis du cool bei deinem Fahrrad bist Ja, plötzlich ist mein Fahrrad, ja? Naja, für die Zeit deines Aufenthaltes Oh Oh Ne, ich bin ja kein Unmensch Ne, denn hier Dann kannst du nochmal Kannst du nochmal winken Ne, hier, kannst du schönen Schüß halten Ne Vielen Dank fürs zugucken Leute Guckt euch den hässlichen Michi an Obwohl er hat geile Beinschinen Die aus Metall sehen echt cool aus Sehen wahrscheinlich auch besser aus als meine military Beinschinen Ne Aber ich bin halt mobiler Ja, wie gesagt, danke fürs zugucken und bis zum nächsten Mal Euer Ragnar Bertholzern Das ist Michi, der Typ animiert uns Digit ist immer voll hässlich Man diskriminiert niemanden aufgrund seines Auslands zu vollgekackten Bettpfanne Abonniert diesen Kanal und folgt mir auf Instagram und Facebook Also, ich finde ihn süß Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal